Was du in der Therapie tun kannst, ich will mal versuchen an dieser Stelle so ein paar Leitsätze aufzustellen, die natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, sollen also Denkanstöße sein, damit jeder eben das auch weiter ergänzen kann mit seiner Erfahrung. Aber hier mal so ein paar Leitsätze aus meiner Erfahrung heraus, dann ist natürlich zunächst mal ganz wichtig ein Interesse für Menschen zu haben, für diesen Menschen zu haben oder für die Gruppe zu haben, mit denen du da arbeitest oder mit denen du arbeitest. Ein aufrichtiges Interesse an diesen Menschen, kein Helferinteresse, kein Experteninteresse, sondern ein menschliches Interesse, also etwas, was dich wirklich als Bedürfnis anzieht, das meine ich, das macht dich an. Moderner Ausdruck, esoterischer Ausdruck ist, das macht dein Herz an, nicht? Das ist eine Herzensangelegenheit, die du da hast, also ein richtiges Interesse für diesen Menschen zu haben. Mit der dazugehörigen Empathie, also dem Einfühlungsvermögen, diesem Mitgefühl, dass du diesen Menschen gegenüber hast, ohne dass du Pläne im Sinn hast oder irgendwelche Konstrukte bedienen willst, die vielleicht einseitigerweise in einem Schema folgen oder so, sondern du hast schlichtweg nur Empathie. Und dieses Empathievermögen bedeutet, du fühlst dich in jemanden ein und das ist sehr subtil und das ist sehr differenzierend auch wahrzunehmen. Also das endet auch nicht in der Wahrnehmung. Empathie ist etwas, was ein sehr umfassender Begriff ist in der Hinsicht. Mitgefühl, einfühlsam sein ist man, man fühlt sich viel mehr ein, bevor man etwas weiß. Also da gilt so ein Leitsatz, bevor wir etwas tatsächlich wissen oder dann auch können oder tun, entsprechend fühlen wir uns ein und sind mitfühlend oder empathisch einfühlend. Das bedeutet, dass du als Therapeutin, Therapeut präsent, aber unaufdringlich sein solltest. Sehr präsent, sehr jetzt wirklich mit diesen Menschen zusammen in der Präsenz, aber unaufdringlich. Also nicht helfen wollen um jeden Preis, nicht retten wollen um jeden Preis, nicht Weiss sagen oder belehren wollen oder so etwas, sondern präsent, gemeinsam präsent. Wie ich eben auch schon angedeutet habe, nicht um jeden Preis helfen oder zu einem Ergebnis kommen zu wollen, ist sehr wichtig. Viele Therapeuten sind sehr schnell ergebnisorientiert und wollen also in eine bestimmte Richtung drängen. Das heißt, sie übersehen dann vielleicht etwas, was sie aufgrund dieser Einseitigkeit nicht übersehen dürften. Das ist also auch ganz wichtig, zunächst mal sehr offen zu bleiben grundsätzlich und nicht um jeden Preis helfen oder zu einem Ergebnis kommen zu wollen. Zuhören können, zuhören können, zuhören können. Eine Fertigkeit, die heutzutage weiter verbreitet werden muss, einfach weil sie ganz wichtig ist, weil man in der Regel zu wenig zuhört. Möglichst vieles wahrnehmen. Das viele, was du wahrnimmst, ist nicht nur auf die Sinnesreize beschränkt, sondern in den Sinnesreizen sind ja noch andere Möglichkeiten der Wahrnehmung verborgen. Und all das ist interessant. Vieles wahrnehmen, freischwebende Aufmerksamkeit. Also für alles offen sein. Da ist der Geruch, da ist die Präsenz, da ist die Körperhaltung, da ist die Sprache, da ist die Sprachmelodie des Klienten. Da ist der Eindruck, was ist denn das hier plötzlich für eine Atmosphäre in dem Raum, die war doch vorher noch ganz anders oder als ich heute Morgen mit mir alleine war, hatte ich eine andere Atmosphäre, also liegt das nicht an meiner Laune. Also all diese Möglichkeiten in Betracht ziehen. Du bist da auch ganz frei drin. Das ist also frei in der Wahrnehmung und kann sich eben als sehr differenziert erweisen. Dann offen für Wege und Lösungen sein. Immer wieder Wege andenken, Wege assoziieren als Möglichkeiten darstellen, als Lösungsmöglichkeit auch darstellen, aber nicht vorschnell, wie gesagt, in eine bestimmte Lösungsrichtung streben. Das wäre eher ein Fehler, sondern ich muss global offen sein für Wege und Lösungen. Dann immer wieder darauf hinweisen, den Klienten, die Menschen darauf hinweisen, dass Psychotherapie eine Kooperation ist. Es ist eine Kooperation, ist ein Miteinander, ist ein Miteinanderarbeiten, ein kooperatives Arbeiten, ein Arbeiten zusammen. Und nicht nur ich eben als Experte für Psychotherapie oder Coaching oder was auch immer. Keinem Therapie-Schema folgen, sondern deinem Wissen und deinen Möglichkeiten, deinen Kompetenzen, deiner Persönlichkeit, deinem besonderen Stil, dein Bezug zu diesen Menschen oder zu diesem Menschen. Ganz wichtig. Notfalls verlässt du alle Therapie-Schemen, die du lehrbuchmäßig gelernt hast und folgst deinem eigenen, weil das Wissen, das du dir erworben hast, ist ja implizit in dir vorhanden und muss auf deine Persönlichkeit anpassbar sein. Den Klienten immer wieder zu seinem Ausdruck, zu seinem möglichen Ausdruck verhelfen. Nicht zu einem Standardausdruck, nicht zu einem Ausdruck, du müsstest doch oder du könntest doch, sondern zu seinem möglichen Ausdruck, zu seinem persönlichen Stil, zu seinem Selbstwert in der Hinsicht, zu seiner Selbstoffenbarung, zu seiner Selbstdarstellung. Es ist sehr wichtig, dass er in seiner Individualität endlich zum Zug kommen kann, weil das fehlt vielen Menschen. Dem Klienten deine Wahrnehmungen über ihn mitteilen. Du nimmst etwas wahr, was auch immer das ist, kognitiv oder emotional oder was auch immer, das ist in deiner Wahrnehmung, die auch spontan entstehen kann, die du natürlich auch reflektiert hast, aber dem Klienten diese Wahrnehmungen mitteilen. Nur so viel analysieren, dass der Klient selbst weitere Wege finden kann. Es gibt Leute, die können knallhart analysieren, die sind sehr gut darin, die durchschauen jemand innerhalb von fünf Minuten und dann schmeißen sie den Leuten diese Analysen an den Kopf, darum geht es nicht, sondern eben nur so viel analysieren und damit zumuten auch, dass der Klient selbst weitere Wege finden kann und nicht zugeballert ist oder nicht beeindruckt ist oder am Boden zerstört ist durch deine Analyse. Das Jetzt Mögliche tun. Was ist jetzt möglich und nötig? Schrittweises Vorgehen, nicht überfordern. Das Jetzt Mögliche. Was ist jetzt möglich und nötig? Was ist jetzt wichtig? Und eben das schrittweise Vorgehen in der Hinsicht. Dem Klienten immer wieder, das hat mit Kooperation zu tun, seine Selbstständigkeit, seine Alterität zuzumuten, seine Selbstständigkeit. Er ist jemand, der etwas auf seine Art und Weise kann und das mute ich ihm auch zu. Er ist nicht abhängig von mir als Therapeut, als Therapeutin. Ihn zum Erproben von neuen Erfahrungen zu bringen, Lernprozesse fördern, erproben, zulassen, ausprobieren, durchaus auch Wildes ausprobieren, natürlich zumutbares ausprobieren. Aber Therapie ist ja eben ein Erprobungsraum, wo etwas ermöglicht wird, was ich sonst im Leben nicht unbedingt kann. In der Firma muss ich funktionieren oder in meiner Familie muss ich eben funktionieren oder im Alltag. Aber hier kann ich erproben, hier kann ich Erfahrungen sammeln und natürlich sehr subtile und vielseitige Lernprozesse fördern. Selbstreflexion anregen, auch mit Mitteln der Selbstreflexion. Tagebuch, die eigene Stimme hören, also sowas wie Audios zu machen, beispielsweise sich selber, wir haben eine Selfie-Kultur auch gewissermaßen, selbst eben zu spiegeln oder selbst eben darzustellen. Das regt Selbstreflexion an, also über sich nachdenken alleine ist natürlich das Ziel immer wieder, aber ich brauche auch oft Mittel dazu, also Medien dazu, mit denen ich das eben kann und zum Ausdruck bringe, diese Selbstreflexion zu fördern. Ihn zur eigenen Fantasie und Flexibilität ermutigen. Fantasie ist so ein Ding, was meistens in der Öffentlichkeit negativ konnotiert ist. Ja, das ist ja so ein Fantast, ein Fantasiewesen, das ist nicht gefragt. Wir brauchen Realisten und so weiter. Ein dummes Geschwafel, was einem oft begegnet. Es ist sehr wichtig, dass Menschen ihre Fantasie haben. Und Fantasie heißt ja, sie haben eben die Möglichkeiten der Alternativen, der Denkalternativen, der Handlungsalternativen und so weiter. Das ist sehr vielseitig. Und je vielseitiger eine Fantasie, eine Vorstellung ist von etwas, desto möglicher eben auch eine Flexibilität. Und dann wird sich in der Realität entscheiden, was von dieser Fantasie machbar ist und wie die Fantasie dann in der Realität sich auch darstellen kann. Aber Fantasie ist ja ein eigener Raum. Und sie ist auch ein Freiheitsraum, sie ist ein Erprobungsraum in der Hinsicht in der Vorstellung. Und das ist etwas sehr, sehr Grundlegendes und Wichtiges für die Gestaltung unseres Lebens. Sie ist ja auch ein Referenzraum, ein Abbildungsraum unserer mentalen Bewältigung. Kreativen Ausdruck finden. Welchen kreativen Ausdruck kann ein Mensch noch finden außer der Sprache? Wir können natürlich Psychotherapie sehr eng nur als Sprachmethodik sehen und sagen, es geht um die Reflexion, es geht um das Sprachvermögen, Kommunikationsvermögen. Aber wir können auch andere kreative Ausdrucksweisen fördern, malen, Musik machen, schreiben, Filme drehen, kleine Filmchen drehen, was auch immer in der Hinsicht. Also schnitzen, Holz machen, tanzen, was auch immer. Kreative Ausdrucksweisen zu fördern bei einem Klienten, und zwar in seiner freien, eigenen, eigenverantwortbaren Kreativität, ist etwas sehr, sehr Wichtiges dazu ermutigen, dazu anhalten und das auch geradezu zu verschreiben. Weil diese Ausdrucksebene braucht es auf jeden Fall auch. Immer wieder den Klienten zu seinem persönlichen Ausdruck kommen zu lassen. Hatte ich schon gesagt, auch nochmal hier unterstrichen an dieser Stelle auch. Dann natürlich Bewegungsausgleich, Sport, Bewegung, Ausgleich. Ganz wichtig, nicht nur einmal die Woche, nicht nur zweimal die Woche, nicht nur im Fitnessstudio, sondern regelmäßig und tätig, jeden Tag. Also ich halte davon ganz viel, jeden Tag eben Ausgleich und Sport zu machen, sich zu bewegen, 8000 Schritte pro Gramm, 10.000 Schritte pro Gramm, schwimmen und so weiter. All diese einfachen Sportarten. Ich meine jetzt nicht irgendein Leistungssport oder Hightech-Sport oder sowas, oder hier bin ich der bessere Marathonläufer und Ironman oder solche Sachen, sondern tatsächlich einen tätigen, einfachen Bewegungsausgleich tagtäglich. Dann den Sprachausdruck klar. Kein Schwafeln und Schwadronieren. Dein Ziel sollte es sein, einer gut funktionierenden Psychotherapie einen möglichst klaren Sprachausdruck von deiner Seite aus, als Therapeutin, als Therapeut, und von Seite des Klienten zu ermöglichen und tatsächlich entstehen zu lassen. Kein beliebiges Geschwafel und Schwadroniere und Kaffeegeklatsche oder solche Sachen, sondern das Tolle an der Psychotherapie ist, finde ich persönlich, dass sie versucht, die Sprache sehr präzise und sehr klar zu fassen, sodass dadurch tatsächlich auch eine Effektivität, eine Nachhaltigkeit in dem Sprachausdruck entstehen kann. Dann immer wieder klären, 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 aufklären. Verschreiben, Hausaufgaben. Verschreibungen sind ganz wichtig in der Psychotherapie. Die Sitzung ist das eine, die stattfindet in der Regelmäßigkeit. Das andere sind die Verschreibungen, die Hausaufgaben, die du den Klienten zweckmäßigerweise gibst. Dann haben wir die Möglichkeit von Gruppen- oder Einzelarbeit. Beides in der Ausgewogenheit ist sehr wichtig. Gruppen- und Einzelarbeit in möglichst ausgewogenen Verhältnissen. Dann in dem Zusammenhang Rollenrepertoires probieren. Wir können als Menschen unterschiedliche Rollen ausprobieren. Das kann ich in der Gruppentherapie sehr gut. Da habe ich verschiedene Gruppenmöglichkeiten, Rollenrepertoires zu erproben. Dann Konflikte klären, differenzieren, Lösungen entwickeln. Nicht vorschnelle Lösungen zu haben, sondern lösungsoffen zu sein auch, aber natürlich Lösungen anzustreben. Dann das berühmte Konzept des Nicht-Tunens. Ganz wichtig, entspannen, meditieren. Entspannen, meditieren. Regelmäßig, jeden Tag. Würde ich als Verschreibung mit reinbringen in die Psychotherapie oder eben einen Kurs verschreiben, wo die Leute dann hingehen und das tatsächlich vollziehen und ich mir darüber berichten lasse, wie ihr Fortschritt in diesem berühmten Nicht-Tun, in dem Loslassen, in dem Entspannen, Meditieren funktioniert. Etwas ganz Grundlegendes, auch zum Beispiel durchaus in der spirituellen Haltung. Also diese berühmten, ich nenne es mal hier im Anglizismus, Off-Haltung, Off von Nicht-Tun. Off-Haltung im Leben sind sehr wichtig, in dem Sinne von Loslassen, Nicht-Tun, Ausruhen, Schlafen, Entspannen und so weiter. Dann natürlich auch ganz wichtig in der Psychotherapie, was wir heutzutage sehr oft haben, wir haben verplantes Leben. Das Leben nicht nur verplanen und überstrukturieren. Also Menschen sind oft nur von ihrem Terminplan getrieben und so sieht auch ihr Leben aus, weil sie nicht einfach mal so im Tag rein dümpeln, einfach aus dem Fenster gucken, Gott weiß was. Oder aber es gibt eine Klientel, da ist es umgekehrt so. Also wenn ich einen Alkoholiker zu tun habe, der ein massives Alkoholproblem hat, dann muss ich dem Struktur geben oder ich muss den Persönlichkeitsgestörten, dem Strukturgestörten oder Strukturproblematischen Menschen durchaus immer wieder Strukturen verschreiben. Also entweder Struktur lockern oder Struktur geben. Dann natürlich ganz wichtig Bezüge zu anderen Menschen klären. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt immer wieder von jeglicher Psychotherapie. Die Klärung von Bezügen zu anderen Menschen des Klienten. Welche Menschen hat er überhaupt? Wie stehen diese Bezüge? Wie sehen die aus? Wie kann man die deuten analysieren? Wie kann man die klären? Bezüge geradezu auch verschreiben ist etwas sehr Wichtiges in der Psychotherapie. Also wenn etwas gar nicht funktioniert in der Psychotherapie, wenn man gar nichts kann oder nichts möglich ist, dann kann man immer Bezüge verschreiben. Man kann sagen, okay, hol dir eine Partnerschaft, wenn du keine Partnerschaft hast, hol dir Freunde und so weiter. Also Bezüge und Beziehungserfahrungen zu verschreiben ist etwas Wichtiges, weil wir sind als Menschen Beziehungswesen. und natürlich auch Einzelwesen, die das auch mit sich selber und alleine klären, zum Beispiel in den angesprochenen Aufhaltungen. Dann zum Abschluss ganz wichtig, was man immer wieder auch häufig übersieht. Was tut dem Klienten jetzt gut? Was braucht er jetzt? Was braucht er unmittelbar? Was ist jetzt notwendig? Was ist das Offensichtliche, was er in dieser Gegenwart braucht? Und das ist natürlich auch eine Ressourcenförderung. Und Ressourcenförderung habe ich an verschiedenen Stellen, die in diesem Audio angesprochen sind, wichtig. Aber immer wieder auch grundlegend die Frage, was ist jetzt gerade notwendig und nötig? Das sind mal so ein paar kleine Hinweise und Anregungen für die Haltung, die allgemeinen Haltung dessen, was man in der Therapie tut. Vielen Dank. Vielen Dank.